Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Besonders anspruchsvolle Feinschmecker machen der Teig auch heute noch selber Walzen ihn aus und schneiden ihn dann in Streifen Dem traditionellen Verfahren sind 5 Eiernudeln von Gala nachempfunden Nach dem Mischen der Zutaten wird der Teig echt gewalzt und nicht mehr presst wie bei normalen Teigwaren Dann werden die Nudeln zu schönen Nestchen gewickelt und zum Trocknen weitergeleitet Durch sorgfältige Walzen bekommen die Nudeln einen besonders feinen, kernigen Geschmack Den Unterschied sehen Sie sofort an der samtig-matten Oberfläche Es gibt sie als breite Nudeln als Nestchen und als Nestchen mit Tomaten und Spinat Wer es lieber mehr auf die italienische Art hat findet bei Coop natürlich auch die ganze Palette von Napoli-Teigwaren mit ihrer besonders fantasievollen Formen Und Genuss und Wohlbefinden unter ein Hut bringen die Fitness-Teigwaren von Coop die mit dem weitgehend naturbelassenen Korn wird dann der Körper auch noch mit wichtigen Nahrungsfasern versorgt Sie sehen, Teigwaren sind nicht einfach Teigwaren Aber trotz allen Unterschiede haben sie etwas gemeinsam Sie sind einfach gut! Auch heute wieder ein paar Neuheiten zum Kennenlernen Bifidus Quark wird immer beliebter Darum gibt es bei Coop jetzt gerade drei neue Sorten Heidelbeer, Ananas und Aprikosen Eine weitere Neuheit kommt aus dem Bereich Körperpflege Toilettenpapier feucht im Dispenser und im praktischen Nachfüllbeutel Wesentlich günstiger als man es bis jetzt kennt hat Und was man heute alles aus der guten alten Rösti macht das sehen Sie im nächsten Beitrag Rösti-Pic, meine Damen und Herren ist eine Neuheit aus der Coop-Läder Im Tiefkühler Sind Sie? Im Ofen oder in der Pfanne Bröteln Sie? Mit verschiedenen feinen Füllungen Gizzen Sie? Und rundherum hat es Feinste Rösti Sie sind ausgezeichnet zur Vorspeise und zur Hauptspeise Oder einfach so? Hm Rösti-Pic von Goldstar Nur bei Coop Zum Schluss wie immer ein Hinweis auf ein paar besonders günstige Aktionsangebote 5 Kilo Ohm Vollwäschmittel kosten bei grob nur 13,90 Und ein 300 Gramm schwerer Arnie Osterhase nur 33 Dieser hübsche Strauss mit 10 Tulpen gibt es für nur 4,90 Und wenn Sie frisches Rindfleisch einkaufen bekommen Sie 20% Rabatt Ausserdem offeriert Ihnen ein grobes Polo-Pickei-Shirt für nur 8 Franken Mit diesen Hinweisen sind wir fast am Schluss vom heutigen Coop-Konsumenten-Magazin Sie haben es vorher gerade gesehen Arnie-Hase sind wieder in Aktion Und darum wäre es gut möglich dass Sie im Osterhase in den nächsten Tagen in einem Coop-Laden werden begegnen Auch er weiss natürlich was die schönsten Sachen fürs Nestchen gibt Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend Und dann wäre es gut möglich an den Tag und dann wäre es gut möglich und dann wäre es gut möglich wenn Sie da etwas wie es nicht möglich ist Vielen Dank.